Denn da hat er eben am meisten, der kam mit Vollspeed in die 13 Reihen und musste den großen Bogen wieder nach 14 fahren. Wenn du da das Tempo rausnimmst und dann sofort spitz rumfährst, hast du eine Menge gewonnen, wenn du es schaffst. Ja, wenn du gleich rumkommst hier vorne, ne? Ja, ja, klar, weil das ein Ochser ist, der zieht sich so lang, ne? Ja, der ist heute oben, der Junge. Viel aber fünf. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020